hallo leute und herzlich willkommen zu einem kleines ankündigung info video ja heute gibt es doch kein live screen ist mir jetzt richtig leid zu sagen aber ich konnte die ich konnte diesen kettler den nicht gut gut anstellen weil bei der ps3 ist es so du musst dieses andere kabel nehmen jetzt nicht den hrm kabel sollte die normalen kabel nehmen und das reinstellen aber das hat nicht ich habe weil es ist hier das konnte ich nicht machen und ich musste viel rum rum kabel lassen also wieder alles zusammen kabel war die tüte auch gehabt und das hat es auch zu lange braucht es wird so richtig zu sagen aber heute wird es geil ist gegeben besser so aber ich glaube ich glaube ich hier besser gehen also also bitte leute jetzt ärgert euch jetzt nicht dass ich ja einfach nicht fiefer deswegen nicht aufnehmen kann und nicht alles zu machen das tut mir jetzt aber leid ich werde versuchen noch mal noch einmal hin zu bekommen wenn nicht dann könnt ihr vergessen also wirklich also bis dann und